Der Teufellauf in Hollabrunn in Österreich hat 20. Jubiläum gefeiert. Den traditionellen Krampus-Umzug gibt es natürlich schon lange. Doch seit dem Jahr 2000 organisiert der Krampus-Verein das Event, zu dem immer mehr Besucherinnen und Besucher nicht nur aus Österreich kommen. Wegen Corona mussten zweimal die Krampus-Umzüge ausfallen. Auch Kinder dürfen mitmachen, verkleidet als Jungteufel und Junghexen. Ja!